Moinzeit Freunde! Willkommen zurück bei Dead Island 2! Na gut, dann lass Zombies töten gehen. Ja, den zum Beispiel. Ich hab sogar ein Rote gemacht von dem Typen, wie der da... Entschuldigung, Entschuldigung, oh mein Gott, was ist hier? Von dem Typen, wie der da geparkt hat, ey. So ein Hurensohn. Ja, manche können das sehr gut, sag ich mal. Ja, vor allen Dingen mit dem Caddy, weißt du, mittendrin. Ah, wirklich mittendrin. Ist hier nicht immer der Mutant? Ja, hier müsste ein Schlitzer-Kumpel sein. Reise! Reise, Reise! Der ist auch gerade im Ort. Hier, Laptop. Laptop! Der ist nicht stabil, der ist nicht schon dafür. Die Zombies töten. Hupupupupup! Komm, auf einmal! Komm, auf einmal! Ich hab natürlich wieder alle meinen Mund gegen meine... Du hast da schon. Nö. Alter! What the f... Oh, was ist hier? Was passiert da? Ein bisschen explodiert. Minimal. Bitte? Komm, auf einmal! Bei Beileitung oder Bauleitung mache ich natürlich. Willkommen, brennt aus dem Gulli! Und was ist denn da unten los in dem Gulli? Oh, was ist denn da unten los in dem Gulli? Hmhm. Hey! Mein Gott, du stehst im Wasser, äh, im Feuer! Äh, äh. Was steht da unten los? Hey! 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 Ich bin tot! So! Awww! Oh, ich komm weg ins Gesicht! Awww! Awww! Da ist noch nichts drin? Und zwei, wo du es hast... Uhhh! Uhhh! Huuu! Oh, jetzt kein Problem! Uhhh! Uhhh! Das ist kein Problem! Ich glaube, wir haben noch zwei... Uhhh! Uh... Uhhh! Uhhhh! Ich heile, ich schaff' einen. Oder wie's denn? Wo ist denn auf jeden Fall keine Kohle oder so? Nnnnnn! Schub mich doch nicht an! Hä? Aua! Was hab ich schon gestartet? Ich bin weiter. Unge! Ein weg! Au! N-n-no-me! N-n-no-me! Ja, natürlich, hier so'n... adio-n-toll-munk-wo Dass rein, ja, sich machen können ich bin zwar nicht weg du hund wir hatten wortel nach fritz hängen also spiel sogar schlechte einheit versammeln versammelt euch schlechter den tunnel und schnapp dir die vorräte ok jetzt so was ein oder anderen momentan schwein geplatzt der letzte sprint wie passend hey verzeihung was soll das nur die vorräte brenn den Läufern aus der Maul joh da ist so ein verwesener Pendler von der Tauten sollte ich auch oh das braucht heute auch wieder so ein Ding da sind die U-Bahn-Schlüssel nice oh Mensch ich rede einfach so, ich komme jetzt sterbe hier ist ein Mutern oh es läuft durch die Falle Mutern oh es stoppt ja da war ich voll ich bin nie tot na fast tot ja da war was da kommt die raus da kommt die raus das hättet ne was ist denn da Kumpel ich bin verwirrt ich bin verwirrt die sind raus ah alles stark ne ist er tot krass krass oh hier ist noch was hier ist überall noch was ne ist überall noch was das habe ich das war es das weißt du schon alles jetzt das weißt du schon alles das scheiß hier also das team hier fort ich dachte selbst kaputt da war ich auch Mutant das hat da glaube ich ja wir gehen ja auch schreien wir müssen hier ändern ne außer die Tür die du geöffnet hattest ach so das ist so so ein Ding ok die haben alle Namen um hier was zu öffnen bitte bitte Oskar Oskar der Meimer glöckle oh wer kennt ihn nicht den guten Oskar ja ja im boon ah ist nicht weg Hallo, ich möchte nicht kuscheln, danke. Noch mal Schlüssel. DVD-Kistenschlüssel, okay. Oh, was ist das? Das ist super, super. Uh.